Du hast zu wenig Eingangspegel, ich habe die Lösung. Hallo, ich bin Martin, heute wirklich nur mit einem ganz kurzen, knackigen Quick-Tipp. Nehmen wir mal an, du hast dir ein neues Mikrofon gekauft, vielleicht so ein dynamisches Mikrofon hier, läufst nach Hause und möchtest jetzt schnell natürlich mit diesem neuen Mikrofon Aufnahmen machen. Du steckst den an hier an dein Audio-Interface, im Home-Recording-Bereich gerne sowas hier, steckst es über XLR-Kabel an, machst Aufnahmen und dann merkst du aber, dass deine Aufnahmen viel zu leise sind und dass man kaum ein Wort versteht von dem, was du singst. Jetzt kannst du natürlich mehr Gain geben hier in deinem Audio-Interface, aber irgendwann ist eben da auch Anschlag. Und was machst du jetzt, wenn du hier auf Anschlag Eingangspegel schon laut gemacht hast, aber trotzdem klingen deine Aufnahmen so, dass man kaum ein Wort verstehen kann und dass man kaum verstehen kann, was du eigentlich sagst. Das ist natürlich problematisch. Du kannst jetzt natürlich versuchen, die Aufnahmen im Nachhinein aufzupumpen in der DAW mit Limitern oder Kompressoren oder was auch immer, aber meistens ist das keine gute Lösung. Aber es gibt eine Lösung, die ich erst gestern kennengelernt habe und die heißt Fathead. Der Fathead ist so eine Art Mini-Vorverstärker der Firma Triton Audio aus Holland und das ist meines Erachtens eine richtig geniale Erfindung. Diesen Fathead steckst du einfach auf den XLR-Anschluss deines Mikrofons an und er funktioniert dann als eine Art Mini-Vorverstärker, mit dem du nochmal 27 dB Schub kriegst. Und du steckst ihn also einfach zwischen deinem Mikrofon und zwischen deinem XLR-Kabel und schon ist dein Eingangspegel lauter und sieht dann nicht mehr so aus, sondern so. Was noch wichtig ist zu wissen zu diesem Teil ist, dass es Phantomspeisung braucht, aber du kannst es auch mit Soundquellen benutzen, die keine Phantomspeisung brauchen oder sogar keine haben dürfen, wie zum Beispiel Bändchen-Mikrofone. Also du kannst das davor schalten, es braucht Phantomspeisung, gibt diese aber nicht weiter und so kann nichts passieren. Hat dir der Tipp gefallen, löst das vielleicht ein Problem von dir? Kaufst du dir das Ding, kostet 67 Euro, aber ist glaube ich gerade im Home-Recording-Bereich, kann das richtig hilfreich sein, weil da kommt das Problem doch echt öfter vor. Also wenn dir der Tipp gefallen hat, freue ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar über ein neues Abo. Hier gibt es immer viele gute Tipps, ansonsten sehen wir uns schon bald beim nächsten Tutorial. Bis dann!